Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchian. Es geht weiter. Ich habe herausgefunden, wie man ihn besiegen muss. Man muss diese Pflanzen nehmen. Ach, oh man. Ja, diese Pflanzen nehmen und in seinen Mund werfen. Dann, ach, dann stirbt er. Nein, der Wetter verletzt. Sterben besteht Wetter noch, wenn ich genug Pflanzen in seinen Mund werfe. Ach, man. Schon reingekarkt. Okay, wie ihr gerade gesehen habt, in den Mund werfen. Die einzige Möglichkeit, ihn zu töten. Fick dich, du Spasti. Oh nein, ich habe noch ein Leben. Okay. Okay. Lauf, 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 lauf. Super. Die Teile kriegen... Ach, was mache ich da? Ja, die Teile kriege ich ja nicht von so weiten. Deswegen habe ich kein Problem damit. Wartet. Kurz gespeichert, aber es geht weiter. Huh. Okay. Ich habe ihn verhindert. Pfff, Mann. Okay. Okay, der ist bald tot. Nur ein kleines Stückchen. Fick dich, du... Pfff. Mann. Also, ja. Äh, woher ich das weiß, welche Schwachstelle es ist. Weil, ich habe davor schon... Davor ist schon gespielt. Und da... Ist mein Computer wieder abgestürzt. Und... Da muss... Dann muss ich wohl... Dann muss... Was rede ich da? Dann... Jetzt... Dieser Scheiß... Fick dich. Ja, wieder an der gleichen Stelle. Ja, wie ich davor gesagt habe. Ähm... Ich habe das ja schon... Ich habe ihn schon besiegt. Ich weiß auch, was jetzt gleich kommen wird. Ihr würdet euch alle überraschen lassen, was das... Warum wir das alles gemacht haben. Diese Scheiße. Diese ganzen Levels. Ich kenne die nicht mal diese... Egal, ihr würdet schon sehen. Ich erfahrt ihr... Ich fahrrad lieber nichts. Ich fahrrad lieber nichts. Lasst euch einfach überraschen, was da alles kommen wird. Okay. Ja, ich glaube, er ist gleich tot. Ach, Mann. Stirb doch, du kleiner... Nein, du großer Spaß. Du... Fick dich, Mann. Ja, wir haben ihn besiegt. Hm. 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 Ich habe ihn besiegt. Boah. Du, du, du. Wartet. Okay, es geht weiter. Ihr Kursglieder. Perfekt. Nicht perfekt. Wir haben nur 99 Prozent. Aber egal. Jetzt guck mal, was da gleich rauskommen wird. Geile Muster. Ja, es sind kleine... Keine Ahnung, was das ist. Kleine irgendwas. Styler. Okay. Ja, ihr kommen jetzt Peach und Todd und Mario. Die haben hier nichts gemacht. Nur Luigi. Hm. Elinder Frosch verpiss dich. Du, 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 du. Und? Das ist mein Let's Play. Ich habe ja das endlich geschafft. Ey, was machen die mit ihm? Was ist das denn? Luigi. Okay. Okay. War das jetzt, oder wie? Hm. Was kommt denn jetzt? Ey, soll... Ey, hat das jetzt Mario alles nur geträumt? Hm. Ey, das soll... Ey, will mich doch verarschen hier, oder? Äh, geht's noch weiter? Hallo? Achso, er wacht auf. Mit seiner großen Nase und Schnauzbart. Ja, mein Let's Play ist jetzt vorbei. 40 Parts. Ist eigentlich gut, finde ich. Mein erstes Projekt fertig. Ah, okay. Achso, jetzt kommt die Quiddits. Du, 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 du. Luigi, Mario, Lu... Äh, Peach. Äh... Todd. Okay. Äh... Shy Guy, okay. Sniff It. Heißen die, okay. Und... Ninji. Heißen die, Kuscheltiere. Bisu, okay. Pohku-Poh. Hm. Twit... Twitter. Okay, Twitter. ob es da okay drohter drohter budget 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 ok banzer klar flurie also diese komische waschmarschbloteile albatos albatos nagler fanto spark subcon poky ok ostro ja du ist das denn auto autobomb ok cobrat ja ich lese wenn ich am hause ok jetzt kommen die glaube ich die bosse freigei wie ist das denn robbie robbie do cloud group twice leido ok ich glaube das auch jetzt vorbei ja das war mein let's play 40 parts und jetzt kommt der große forsch wie es erwartet war okay ja ich soll mir das mal jetzt bei jetzt alles und wie ihr seht die end ok self and quite ja das war mein let's play und wartet ja das ist das ende und wir sehen es in meinem nächsten let's play oder wartet was extra was es gibt ein extra level joshi challenge warte vielleicht mache ich das auch noch aber ach nein safe and quite das wäre jetzt so viel des guten und ja wie ich davor sagen wollte wir sehen es in meinem nächsten let's play tschüss